Mein Name ist Hans Reiner, aus 10. Danz, aus 10. Wuhan, bin seit über 60 Jahren im Büro, Sport, Kapitän, teile überwiegend bei den verschiedenen Couleur und kenne so ziemlich alle, die nach mir angefangen haben aus der Region. Wann und wo hast du den Florian kennengelernt? Den Florian kennengelernt habe ich ca. 30 bis 35 Jahre kennengelernt. Ich hatte dabei auch mein tollstes Erlebnis bei einem der Lehrgänge mit Florian, weil Florian ist ja ein grundehrlicher gut alles ausprobiert und dann hat er eine Technik gegen Fesseln versucht, das natürlich fürchterlich daneben liegt und wir haben uns hinterher ziemlich gebelacht darüber. War das so ein unvergessliches Erlebnis? Ja. Was schätzt du so an Florian? Florian ist sehr geradenehmig. Und was ich an dem schätze, was ich auch gerne tue, wenn mir irgendjemand das erklärt, der kann das nicht vormachen, da frage ich immer, der soll das machen, der gleiche macht der Florian. Es sind so gewisse Parallelen. Warum sind wir heute alle hier? Ja, der Anlass ist ja wohl eindeutig. 50 Jahre auf Google Sport für Florian. Von mir aus nochmal ganz persönlich alles Gute und mindestens noch 30 Jahre auf der Mathe. Okay, danke schön. Wann und wo hast du den Florian kennengelernt? Den Florian kenne ich seit über 40 Jahren. Wir waren immer in den gleichen Verbänden gewesen und sind uns auf Lehrgängen natürlich begegnet. In Holland und irgendwie dabei. Was schätzt du so an Florian? Florian ist ein aufrichtiger, geradliniger Mensch, der das macht, was er sagt. Im Kampfsport auch als Mensch und das mache ich gut halten. Warum sind wir heute hier und was wünschst du? Florian? Wir sind hier. Florian feiert seinen 50-jährigen Kampfsport-Jubel. Wir sind hier, um uns zu gratulieren. Und ich wünsche ihm noch viele, viele Jahre mit Freude und Spaß, dass er immer geradeaus läuft, so wie es jetzt auch war. Wer bist du? Ich heiße Hermann Ams, mit Freiburgi und dem Zug bleibt 97. Okay, vielen Dank. Gerde. Ja, hallo. Uwe Hasenbein. Brüchen kann Rio Dojo aus Diesland. Wann und wo hast du den Florian kennengelernt? Oh, das ist ja schon so lange her. Ich schätze, das dürfte so zwischen 10 und 15 Jahren her sein, hier auf einem Großwehrgang hier am Wiederein. Und was schätzt du so an ihn? Humor, einen offenen Geist und Gradwidrigkeit. Es gibt nur einen Florian, es gibt keinen zweiten dahinter, der ihn einmal getroffen hat, der ihn kennenlernt. Okay, was wünschst du ihm für heute? Ich wünsche ihm, dass er viel Spaß hat, dass er mal andere Leute arbeiten lässt, die Zeit genießt und vor allem nicht nur für heute, sondern auch weiterhin alle Gesundheit dieser Welt, dass er uns so lange erhalten bleibt. Okay, vielen Dank. Wann und wo hast du Florian kennengelernt? Du, das weiß ich gar nicht mehr so ganz genau. Ich schätze mal 2006, 2007. Ja, was schätzt du so an ihn? Ich schätze Florian einfach als echt lieben Menschen. Okay. Und welche Wünsche Ruhes hast du für heute? Florian soll so bleiben wie er ist und immer so weitermachen. Okay, vielen Dank. Ich heiße Einzelknapp, achter der Handkampurin. Wo und wann hast du den Florian kennengelernt? Den Florian habe ich kennengelernt als Jugendlicher, als Kind. und zwar in, ich glaube, Krefeld. Gibt es unvergessliche Erlebnisse? Ach, Florian kann man nicht vergessen, wenn man einmal mit dem unterwegs war, den kann man einfach nicht vergessen. Der ist immer, immer gut drauf. Was schätzt du so an ihn? Florian seine Geradlichkeit. Florian ist geradeaus immer ehrlich und korrekt. Ja, warum sind wir hier und was wünschst du ihm? Florian wünsche ich noch ein langes Leben und dass er noch lange mit uns auf der Matte steht. Das würde ich verstehen. Okay, vielen Dank. Gerne. Ja, mein Name ist Norbert Domrös. Ich zählt und lerne mir dazu. Ich komme aus Wernockstedt, 60 Kilometer nordwestlich von Hamburg. Okay. Wann und wo hast du den Florian kennengelernt? Also, soweit ich mich erinnere, kenne ich Florian seit einigen Jahren durch ein Seminar in Bonn, seit August hier. Ja, ich habe mir gleich schätzen gelernt. Ich habe es gut verstanden. Hast du irgendwie ein unvergessliches Erlebnis? Ja, unvergessliches Erlebnis immer, wenn ich mit Florian zusammen bin. Also, gar spezielles nicht. Was schätzt du so Besonderes an ihn? Ja, seine Geradlichkeit. Er ist ehrlich, hat technisch sehr viel drauf, ist ein sehr netter Kumpel. Okay. Was wünschst du ihn? Warum sind wir heute hier? Ja, ich wünsche ihm alles Gute. 50-jähriges Mattenjubiläum ist ja schon einiges. Ich hoffe auf die nächsten 50. Es wird vielleicht nicht klappen, aber so lange wie es geht. Okay. Vielen Dank. Hi, ich bin Serge. Ich komme aus München-Gladbach. Florian habe ich kennengelernt im Jahr 2006 in Gessenkirchen auf einem Lehrgang bei Hermann Harms. Er war ein super Typ. Die Rede habe ich auch nicht verstanden, trotz des großen Altersunterschiedes. Hast du ein unvergessliches Erlebnis? Besonderes. Das war die Polenfahrt mit der WMAA, wo wir ganz Polen aufgemischt haben mit dem alten Mann. Das habe ich gehört. Und was schätzt du so an ihm? Seine direkte Art, seine Freundlichkeit und vor allem seine Menschlichkeit. Hast du irgendwelche Wünsche, Grüße? Ja, ich freue mich erstmal, dass er die 50 Jahre überstanden hat und freue mich auf die weitere Jahrzehnte mit den alten Herren. Okay, vielen Dank. Ich habe zu danken. Wer bist du? Mein Name ist Hans Deo von Berger. Wann und wo hast du den Florian kennengelernt? Den Florian, den kenne ich schon fast 30 Jahre. Wir haben uns damals auf dem Lehrgang kennengelernt. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr ganz genau, wo es war. Es können auch schon über 30 Jahre her sein. Also kann ich gar nicht ganz genau sagen. Hast du ein unvergessliches Erlebnis? Ja, wir waren auf einem Lehrgang, schön trainieren und dann sagt er, da kommen wir mal ein paar Techniken, da kriege ich einen auf die Nuss. Tut mir leid, entschuldigen kann man sich ja immer nachher noch. Okay, ja. Was schätzt du so an ihn? Also seine Ehrlichkeit vor allen Dingen und seine Freundschaft, muss ich also ganz ehrlich sagen, über diese ganzen Jahre. Okay, warum sind wir heute alle hier? Weil wir einen Mann ehren, der viele, viele Verdienste im Kampfsport gebracht hat und das ehren wir heute. Okay, danke dir. Bitte. Ja, wir sind aus Ehrlich, kommen dort vom American Kenpo Karate. Und wir sind hier, weil uns langjährig eine Freundschaft verbindet mit dem Shado Kenpo, mit dem Wushu und insbesondere auch mit dem Florian Hahn. Wann und wo habt ihr ihn kennengelernt? Also einige von uns haben ihn bereits 1973 kennengelernt. Das heißt, wir begleiten ihn jetzt im Grunde 41 Jahre schon durch die Marshall-Arts. Ja, und was schätzt ihr so an ihm? Er ist ein sehr korrekter Mensch, er ist ein Freund, war immer geradeaus zu uns. Und wir sind auch eigentlich ganz froh, einen solchen Menschen in der Szene der Marshall-Arts kennengelernt zu haben. Na, weshalb seid ihr alle heute hier? Wir sind heute hier speziell, um ihn zu ehren, speziell aber auch, um an eurem wunderschönen Seminar hier, was ihr ja jährlich ausrichtet, teilzunehmen. Okay, vielen Dank. Bitteschön. Ja, ich bin der Kurt, Kurt Minor und ich bin Freund von dem Florian. Wann und wo hast du den Florian kennengelernt? Oh, das ist bestimmt schon 25, wenn nicht sogar fast 30 Jahre her. Okay, hast du irgendwie ein besonderes, unvergessliches Erlebnis? Ja, der Florian ist nicht so gerade zart beseidet und bei einer Technik, die war dann schon ein bisschen was härter, so wie der Florian nun mal ist, immer fester drauf. Okay, was schätzt du so an ihn? Ja, was schätze ich an Florian? Er ist sehr kumpelhaft und immer gut gelaunt, einfach ein guter Kapssportler. Okay, warum sind wir heute hier? Ja, weil Florian ein Jubiläum hat und wir heute den Florian auch überraschen wollen. Und was wünschst du ihm? Ja, dass wir noch lange Zeit auf jeden Fall zusammen arbeiten können und dass unsere Freundschaft auch weiterhin noch viele Jahre bestehen wird. Okay, vielen Dank. Ja, bitte. Dein Torsteller Marc Zinser, mein Name Edi Frier. Okay, warum seid ihr heute hier? Warum sind wir hier? Ganz einfach, weil ich Freude und Großmeister zu hören, den wir seit einem Jahr quasi an Zehnten schätzen. Wann und wo habt ihr den Florian kennengelernt? Ich vor drei Jahren, Tag der Offentür, der ist vor Ort. Und ich? Oh. Frag mich mal, wie lange mit Jerusalem auf dieser Erde waren wir? So lange kenn ich Flo. Was schätzt du so an ihn? Seine offene Art, seine freundliche Art, Herzigkeit und fühlt sich stärker als wenn man ihn schon seit Jahr kennt. Ja, sein Fachwissen und vor allen Dingen wirklich sein überdeutliches Know-how. Und er ist bekannt wie ein bunter Hund und er macht sein Repertoire zu vielfältig. Und habt ihr irgendwelche Wünsche und Grüße? Ja, dass er die nächsten 20, 30 Jahre noch weitermachen kann? Auf jeden Fall 40 Jahre und dass er gesund bleibt und das ist sehr wichtig. Und dass er so ist, so bleibt wie er ist. Okay, ich danke euch. Ja, mich zu danken. Wer bist du? Äh, Großmeister-Weltbühner. Wann und wo hast du den Florian kennengelernt? Ja, vor drei, vier Jahren haben wir uns auf Marschall-Artssee kennengelernt, wo es immer mehr gewesen war. Hast du ein besonderes Ereignis, Erlebnis mit den Florian zusammen? Ja, eigentlich jedes Treffen mit Florian ist immer ein Erlebnis. Das vergisst man auch wahrscheinlich. Was schätzt du so an ihm? Deine Ehrlichkeit, seine Zielstrebigkeit, seine Loyalität, seine Weisheit drauf. Ja. Warum bist du heute hier? Ja, weil ich mir das hier gehen lassen will, wenn ein guter Freund und mein Vater ist ja Freund und Lehrer, und dann will ich ihn einfach dann auch von irgendwie ehrt werden und so weiter. Und sowas schon vor ein paar Jahren, wenn man 50 Jahre dabei ist. Und das ist mit manchen noch gar nicht zu erreichen. Und deswegen bin ich gerne dann dabei. Ja. Okay, vielen Dank. Hallo, ich bin der Rainer Adams aus Soberlingen. Wann und wo hast du den Florian kennengelernt? Florian. Florian habe ich Anfang der 90er Jahre in München-Gladbach kennengelernt beim Seminar. Gibt es ein besonderes Erlebnis, Ereignis im Zusammenhang mit ihm? Ein besonderes Ereignis für Florian, jede Begegnung mit Florian ist immer wieder ein ganz besonderes Ereignis. Ja, was schätzt du so an ihm? Was schätzt ich an ihm? Seine offene, aufrichtige Art und Weise. Florian ist einfach ein ganz feiner Kerl und eine ganz ehrliche Haut. Warum bist du heute hier? Warum bin ich heute hier? Ja, abgesehen davon, dass wir uns regelmäßig hier treffen, war es für mich natürlich eine ganz besondere Ehre, an Florians Jubiläumslehrgang auch noch mit als Referent hier teilnehmen zu dürfen. Gut. Welche Wünsche hast du für ihn? Welche ich Florian wünsche? Alles, alles Gute, mein Freund und alter Meister, dass du noch 50 Jahre auf der Matte uns zeigen kannst, wo der Hase langläuft. Hier die Fliegel. Okay, danke schön.